Stephanie Giesinger schwebt wieder auf Wolke sieben. Im Oktober des vergangenen Jahres wird öffentlich, dass das Model und Marcus Butler getrennt sind. Seither scheint die ehemalige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin ihr Leben als Single zu genießen. Doch der Schein trügt, denn Stephanie ist wohl längst wieder vergeben. Bereits seit August 2022 soll die 26-Jährige mit dem Unternehmer Jeremy Stieb liiert sein. Aufmerksamen Fans fällt in den vergangenen Monaten auf, Steffi zeigt sich gelegentlich mit einem charmanten Lockenkopf in ihrer Instagram-Story. Bislang äußert sich die Beauty noch nicht direkt zu ihrer neuen Liebe. Doch vor wenigen Tagen besucht sie gemeinsam mit Jeremy ein Event und zeigt offen ihre Zuneigung zu dem 23-Jährigen. Ist es bis zum ersten Pärchenbild im Netz nur noch eine Frage der Zeit?